So, das ist ja unser Plan hier. So, hier muss natürlich noch ein Band hin, das ist klar. Da oben muss auch noch ein Dach hin, das ist auch klar. Hier ist dieser Dreiergang. Dann haben wir hier zwei Wegbreite und dann sind da die Regale genauso. Muss unten dann auch sein. Na, was machen wir jetzt? Irgendwas wird man sich da sicherlich ausdenken können. Ja, was ist es denn jetzt? Ein Apple-War-Bau. Ja, das sind wir. Bam. Äh, was ist denn das hier? Kann ich hier vielleicht mal die Herrschaften? Darf ich hier vielleicht mal... Mann, Mann, Mann. Ich sehe dich. Ich werde dich und deinesgleichen jagen. Mich von deinem Fleisch ernähren. So, das aber später. Erstmal gibt's Pommes. Ach, ich hasse es. La 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 la... Ach, Kotelett, Junge! Oh. Ähm. Mist. So, und jetzt. Na, los. Ui, 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 ui. Wieso machten wir da jetzt alles kaputt? Er hat doch ne Macke. Ähm. Deine Mutter ist stark übergewichtig und hatte Geschlechtsverkehr mit einem Hund, bevor sie deinen Vater kennenlernte. Tschüss. Flup. So. Hops, hops, hops. Geronimo! So. Kann man schon so anbieten. Komm, da musst du sein. Ah, lecker Brötchen essen. Was war das hin gerade? Hm. So, gute Nacht. Das Konzept muss ich nachmachen. Will. Ja, nee. Christoph. Und das Konzept. Ich habe alle die jeven.